Corona will zwar noch nicht weichen, aber wir setzen trotzdem mal ein Zeichen. Sollten wir deshalb 5 gerade sein lassen? Nein, das würde gar nicht zu uns passen. Stattdessen machen wir uns fein. Und laden euch zum Jubiläum ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.